Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Wir wollen heute über die Kurse gucken und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da ich immer Licht anmachen muss, wenn ich das Video aufnehme, weil ansonsten alles rot ist, was hier in der Webcam ist, macht das richtig richtig Laune bei 33 Grad Sonne, auch noch wenn man dann angestrahlt wird. Gut, ja, hier ist also schön warm, ich hoffe bei euch auch und wir wollen über die Kurse gucken, denn Bitcoin hat nochmal ordentlich zugelegt von dem, was wir uns gestern angeguckt haben. Wir sind jetzt auch schon über den Punkt, den wir anvisiert haben hinaus, das ist ja das, was ich gestern angesprochen habe, allgemein Kryptowährung ist 0,618 Linie immer eine sehr wichtige, wenn es um Fibonacci Retracement geht und genau da haben wir uns heute wieder gefunden. Ja, ihr seht es eigentlich auf dem Punkt genau. Ja, vielleicht war es so 2, 3 Satoshi drüber, hat aber bis jetzt sehr, sehr gut getroffen und bei den ganzen Sachen, die ich jetzt auch schon wieder auf Twitter gelesen habe, die übelst gehypt sind, wie Bitcoin abgeht und so weiter und dass die Altcoins ja so ziemlich sterben im Moment. Lustig finde ich das, weil genau das Umgekehrte sieht es eigentlich aktuell aus. Also ich habe einen Großteil von meiner mittelfristigen Position, die ich ja hier so 6200 hatten wir uns ja angeguckt, gekauft habe und bis hier hoch. Jetzt habe ich einen großen Teil davon verkauft, weil wir hier den Punkt erreicht haben und auch eine Short Position eröffnet. Die habe ich von 8000 bis 8400 aufgebaut und werde mir das Ganze jetzt angucken, wie es weitergeht. Warte eher auf einen Rücksetzer, um da dann aber wieder nachzuladen für die Region weiter nach oben. Da müssen wir nämlich dann jetzt erstmal sehen, wenn es wieder runter geht, das was ich erwarte, dass wir dann auch genügend Support finden, um weiter nach oben zu gehen, weil es ist noch nicht raus. Wir haben ein paar positive Merkmale gehabt. Mit zum einen war das erste natürlich 6800, dass wir hier nach oben gebrochen sind. Das zweite ist jetzt wichtig, dass wir durch die Trendlinie hier heute durch sind. Zweites wichtiges Merkmal für eine Umkehr, aber es reicht halt noch nicht für eine volle Bestätigung, dass wir uns hier jetzt nur noch nach oben bewegen. Ihr solltet es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es auch hier von hier aus jetzt auch nochmal in den 5000er Bereich gehen kann. Wir gucken da noch nicht hin. Wir sind ja noch weit entfernt davon und bis jetzt deutet alles darauf hin, dass wir die Umkehr gefunden haben. Jetzt nach einem neuen Rücksetzer sollte es dann weiter hoch gehen, aber das müssen wir unbedingt im Hinterkopf haben. Deswegen habe ich auch meine mittelfristigen Position hier ziemlich reduziert und will halt weiter unten die wieder aufbauen. Möglicherweise vielleicht sogar noch weiter unten, als sie vorher schon war. Bitcoin 8.370 sind das hier ungefähr, 360 vielleicht und von da aus, wie gesagt, erwarte ich jetzt erstmal wieder eine Korrektur. Wird noch ein bisschen dauern, bis sie dann richtig loslegt, denke ich mal. Das ist aber der aktuelle Stand und dementsprechend arbeite ich gerade genau gegen den Markt, weil wenn man auf Twitter guckt und so weiter, geht es nur noch nach oben. 12.000 habe ich gelesen, 16.000 habe ich gelesen, 25.000, ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint war, habe ich gelesen und da bin ich im Moment eher so im Gegensatz. Genauso wie bei den Altcoins. Ihr könnt das mit Ethereum sehen. Ihr seht den Punkt, den wir jetzt schon seit letzter Woche, wenn nicht schon länger, haben wir den Punkt schon für unseren Kauf, was Ethereum angeht. Hier seht ihr, da sind wir jetzt genau drin, wir sind kurz oberhalb der Trendlinie. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Spot, um sich mit Ether einzudecken. Wenn wir uns das Ganze auch mal von den Indikatoren her angucken, Stoch RSI, positive Divergenz, positive Divergenz hier im Wavetrend Indikator, im RSI, der CCI, naja, würde ich jetzt nicht unbedingt mit dazu zählen. Das heißt, hier sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo nur noch das Trigger-Event, was ich immer so schön sage, also der Auslösmoment, der muss noch kommen. Und dann erwarte ich hier ganz klar die Rückkehr, das ist die Rückkehr, die Umkehr. Das eine ist hier auf jeden Fall bei Ethereum. Bei den meisten großen Altcoins sieht es aber so aus. NEO haben wir gleich noch, die mittleren Caps natürlich auch. Deswegen ist für mich gerade so, dass ich viel von Bitcoin in Altcoins switche. Ethereum natürlich auf jeden Fall eine der Positionen. Die habe ich vorhin schon eröffnet, aber wenn wir hier gucken, NEO sehen wir hier jetzt auch. Und ihr kennt diese Linien, die sind schon lange drin als Kaufposition. Haben wir jetzt auch die zweite berührt und die dritte nicht ganz. Aber wir haben auf jeden Fall die zweite Kaufoption hier auch noch mit ausgelöst. Und das war das, was ich euch gesagt habe. Die Linie hier erwartet uns irgendwo in diesem Bereich hier. Die ist nicht bis da unten zu sehen und dann wieder nach oben. Wir können die alte jetzt auch mal rausnehmen. Die ist ja schon hinfällig. Aber auch hier NEO Kaufbereich. Gucken wir in die Indikatoren. Sehen wir fast das gleiche Spiel. Stoch RSI, positive Divergenz. Waste Trend, Histogramm, positive Divergenz. Zählt sie auch RSI bei NEO noch nicht. Könnte also noch einen Schritt länger dauern als bei Ethereum. Aber auch im MFI sind wir hier schon im überverkauften Bereich. Also auch hier, ja wie gesagt, also die Kaufpositionen, die stehen da ja schon ziemlich lange in unserem Chart hier. Die haben jetzt bis auf die unterste schon gegriffen in NEO. Also auch NEO genau wie Ethereum ein guter Einstieg. Und ihr habt das bei Ethereum gesehen. Ihr könnt euch die anderen großen Altcoins angucken. Also so ziemlich alles, was im Top, sagen wir mal Top 50 Bereich ist und so aussieht wie bei Ethereum, könnt ihr auch von der gleichen Entwicklung ausgehen, wie es bei Ethereum aussieht. Also wenn Ethereum die Umkehr schafft, würden wir es die anderen auch schaffen. Da braucht ihr dann nicht extra eine Analyse von mir, sondern ihr seht dann das gleiche Bild auch in diesen Coins. Und einen ganz interessanten Coin, den wir uns ja letztens schon mal angeguckt haben, Dusch. Da hatten wir ja auch die Umkehr schon vorausgesagt. Da ging es innerhalb von kurzer Zeit fast um 100% nach oben. Wenn ihr guckt, wir waren im niedrigsten 36, im höchsten waren wir bei 64. Also fast 100%, die es dann nach oben gegangen ist. Dann natürlich der erste Rücksetzer. Und wenn man sich das mal so ein bisschen aus der Historie anguckt, ist jetzt natürlich die interessante Frage, wo befinden wir uns? Also ein möglicher Punkt wäre ja hier. Das könnte auf jeden Fall zutreffend sein. Würde dann nochmal nach da unten gehen, um dann erst richtig loszulegen. Das ist eine der wahrscheinlichen Varianten, wo es stehen könnte. Aber man muss auch wissen, dass es natürlich auch weiter hier hinten stehen kann. Also diese oder diese Position sehen natürlich auch möglich aus. Aber ich erwarte es eher hier in dem Bereich. Und nach dem ersten Push, der ja schon sehr stark aussah, würde ich dann später einen weiteren erwarten. Hier erstmal wieder runter gehen bis auf, jetzt müsstest du gucken. Ungefähr in den Bereich 42 Satoshi. Ja, 40 bis 42 Satoshi. Und von da aus dann weiter nach oben. Das ist erstmal so, was ich aktuell erwarte. Bei Doge kann man ja nicht ganz so unbedingt immer sich auf die Indikatoren verlassen. Also ihr seht es ja, die auf viel überverkauften Bereich sind. Was ganz interessant ist. Wir haben eine versteckte Divergenz, nennt man das hier. Eine positive Impfstoff RSI, der auf einen weiteren Aufwärtstrend hindeutet. Da es nur ein Indikator jetzt in dem Beispiel ist, kann man sich natürlich nicht nur darauf verlassen, sondern wie ich euch immer sage, mehrere. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. 40 bis 42 Satoshi. Würde euch natürlich im Allgemeinen nicht empfehlen, Doge zu traden, weil Doge natürlich fundamental grässlich aussieht, um es mal nett zu formulieren. Aber es ist immer ein guter Indikator für den gesamten Altcoin-Markt. Und deswegen möchte ich euch den natürlich auch zeigen. 40 bis 42 von da aus wieder nach oben. Aktuelle Erwartung würde dann auch, wie gesagt, den anderen Altcoins zugutekommen. Die großen habe ich euch gezeigt. Die mittleren sehen ungefähr ähnlich aus. Ja, Bitcoin wird natürlich interessant, wie es da jetzt weitergeht. Ich erwarte erstmal, dass es ein Stück nach unten geht, bevor wir uns dann weiterhin nach oben bewegen. Das soll es soweit gewesen sein vom CoinTrend heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, hoffentlich nicht ganz so heißen Tag wie bei mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dahin.